nichts für die person die alles hat jeder kennt das du wirst eingeladen und auf die frage ob du was mitbringen sollst heißt es nichts wer diesen genügsamen zeitgenossen etwas zu denken geben will greift zum einzigen ausweg schenken nichts die größe von nichts beträgt im durchschnitt 6,5 zentimeter mehr finden sie auf unserer webseite closeup.de